Cyber Security und Hacking begleitet uns täglich, alle. Ihr wisst das von meinen anderen Videos. Ich sage meist, dass das eigentlich hätte verhindert werden können, was teilweise passiert. Warum muss ein Mitarbeiter aus dem Support Zugriff auf die Firewall-Einstellungen haben? Leider ist das aber ein sehr komplexes Thema und wahnsinnig schwer zu administrieren, also zu verwalten. Oder es scheint zumindest so. Damit ihr nicht ganz aufgeschmissen seid, will ich euch in diesem Kurs zu Identity und Access Management zumindest mal über die gängigen Techniken informieren und euch ein paar Best Practices mitgeben. Wir werden nicht direkt wahrscheinlich in der Grundserie mit Tools arbeiten, aber darauf aufbauen schließe ich das definitiv nicht aus. Denn IAM muss definitiv nicht langweilig sein und schon gar nicht schwer. Aber lasst uns erstmal klären, was ist eigentlich Identity und Access Management überhaupt genau? Genau. Umgangssprachlich gesagt, das Verwalten, wer, worauf, wann Zugriff hat. Und da wird es schon komplex. Das hier ist übrigens die Einleitung zu einem Kurs. Und ich werde natürlich nicht alle Themen für diesen Kurs in diesem einen Video hier abklappern können. Da aber YouTube jetzt nicht gerade die beste Plattform ist, um euch in Reihenfolge die Videos zu empfehlen, habe ich für meine YouTube-Videos eine Academy erstellt, die ihr komplett gratis nutzen könnt. Dort landet jedes Video, das ihr theoretisch in eurer Abo-Box auch findet, aber halt sortiert. Und außerdem gibt es auf der Academy mittlerweile auch Webinare und einen tollen Skill-Tree. Und wir arbeiten an weiteren spannenden Features wie Challenges und Aufgaben. Um also nicht den Überblick über all die Themen zu verlieren, schaut definitiv mal bei der Bootstrap Academy vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Und jetzt wollen wir hier mal ganz kurz konkret werden, damit wir auch bei diesem Kurs sind. Manche gucken wahrscheinlich das Video sogar über die Academy, also von dem her. Wir wollen hier jetzt einmal kurz Definitionen reinwerfen. Unter Identity und Access Management versteht man vor allem einen systematischen Ansatz, digitale Identitäten zu erstellen und zu verwalten. Und zwar nicht nur für Menschen, also beispielsweise Mitarbeiter, sondern auch für Systeme, für Applikationen und so weiter. Alles in der Organisation. Ganz kurz, Identitäten erstellen. Das können wir so verstehen. Wir erstellen zum Beispiel einen Ausweis und weisen einer Person eine Identität zu. Aber wir wollen sie natürlich auch verwalten. Und wir wollen das, wie gesagt, nicht nur für Menschen machen. Das heißt, wir müssen das auch irgendwie bei Systemen hinbekommen. Deswegen gehört da auch mehr dazu. Nämlich zum Beispiel die Erstellung von Richtlinien, von Prozeduren, die den Umgang eben beschreiben. Und das Ziel von IAM ist eigentlich, sicherzustellen, dass die Identitäten und die Zugriffe, die sie haben, also wenn ich beispielsweise als meine Identität zugreifen darf auf eine virtuelle Maschine und dort Dinge verändern darf, dass die dann am Ende auch sicher und effizient verwaltet werden können. Und hier ist das Ganze so ein bisschen Spagat. Wir wollen da möglichst wenig Zugriff eigentlich haben. Also so wenig wie möglich. Weil wir wollen Security. Und je mehr Zugriff alle Menschen haben, desto mehr Mist kann ein Hacker mit deren geklauten Identitäten machen. Deswegen wollen wir eigentlich so wenig Zugriff wie möglich erlauben. Aber auf der anderen Seite wollen wir möglichst wenig Probleme, wie Wartezeiten, wenn ich doch mal Rechte für irgendwas brauche. Wir wollen nicht irgendwie zwei Wochen warten. Wir wollen ja, dass unsere Organisation weiter im Flow ist. Wir wollen, dass das möglichst direkt geht. Und das bedeutet hier, dass wir eigentlich die Probleme vermeiden wollen. Das heißt, wir wollen eigentlich auf der anderen Seite auch viel Zugriff erlauben. Das ist wie gesagt dieser Spagat. Hierfür stehen euch einige Mittel zur Verfügung. Aber leider natürlich auch Herausforderungen. Ich mache mal ganz kurz hier ein Beispiel, wie das Ganze in der Praxis ist. Und welche Aufgaben ihr in der Praxis zu bewältigen habt. Ihr seid Google, beziehungsweise macht das IAM für Google. Ihr seid dann als Organisation weltweit verteilt. Mitarbeiter sind gleichzeitig auch oftmals Kunden. Wenn ich in Europa meinen User-Account ändere, dann muss der gleichzeitig auch in den USA die Datenbank irgendwie aktualisieren. Sprich, da muss auch Bescheid gesagt werden, damit ich mich auch in meinem Urlaub oder falls ich von dort drüben mal arbeite, eben dort auch einloggen kann. Ihr habt zig Abteilungen mit jeweils einer Vielzahl an Mitarbeitern. Ihr habt Serverstandorte und virtuell zusammengelegte Systeme. Gleichzeitig interessiert Money vom HR herzlich wenig, was du in deiner Security Awareness Schulung sagst. Und er pinnt sich weiterhin sein Passwort beispielsweise an den Monitor. Eine neue EU-Regulierung besagt übrigens dann auch noch, dass du die EU-Datenbank nicht einfach in die USA synchronisieren darfst, weil das User-Daten ja in die USA überträgt. Aber trotzdem müssen die sich in den USA einloggen können. Du weißt, dass das System über die Zeit noch weiter wachsen wird und gleichzeitig hast du nur ein paar hunderttausend Euro bekommen. Das ist der Alltag von vielen Security-Chefs und das ist definitiv kein schöner. Enterprise-Lösungen hier sind unfassbar komplex. Wir können uns aber den einzelnen Bestandteilen auch widmen und zum Glück muss die dann jede Abteilung für sich umsetzen. Man unterscheidet zwischen Identitäten und Accounts. Man kann Regeln und Policies definieren. Wir haben die Möglichkeit, viele verschiedene Access-Management-Systeme einzusetzen, die jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Zum Beispiel rollenbasierte oder attributbasierte oder eben komplett anders das machen. Wir haben aber auch Zugriff auf ein Identity-Management, wo wir die Benutzer und ihren Namen selbst verwalten und die wir dann zum Beispiel in Active Directory oder LDAP speichern können. Und das Herzstück, um alles miteinander synchron zu halten, abgesehen von den Datenbanken selbst, ist natürlich Single Sign-On. All das sind Bestandteile, die wir im Rahmen dieser Serie durchgehen und ein bisschen Ordnung da reinbringen wollen und eben uns auch die verschiedenen Möglichkeiten angucken wollen. Wichtig ist aber vor allem Folgendes. Identity und Access-Management ist wohl eines der wichtigsten Dinge innerhalb der Security. Nur mit vernünftigen Zugriffs- und Zugangskontrollen lässt sich verhindern, dass Kriminelle mit einer einzigen Phishing-Mail alles übernehmen oder USB-Sticks in den Rechnern der Bank schieben können und dann am Ende alles an Geld bekommen, was die Bank besitzt. Daten, aber auch Asset und Personenschutz ist im Endeffekt nur hierdurch möglich. Da aber IAMs so allumfassend sind und vor allem auch so komplex werden, ist es wichtig, die einzelnen Bestandteile herunterzubrechen. Die Aufgaben sind sonst einfach wie zu viele und ihr werdet lost sein, spätestens dann, wenn es sich auf mehrere Plattformen verteilt. Und da reicht tatsächlich schon das Access-Management in meiner Organisation. Geteilte Accounts auf Discord beispielsweise gibt es nicht. Wenn ich nun jemanden möchte, anstellen möchte zum Beispiel, der mir hilft, meine privaten Nachrichten zu beantworten, dann muss ich dem mein Passwort geben. Eine Grundregel besagt aber zum Beispiel, dass ich niemals mein Passwort irgendwem geben darf, geschweige denn meinem 2FA. Wie geht es also nun damit um? Das alles klären wir in dieser Serie. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.